Wir wollen immer so professionell wie möglich arbeiten. Einen guten Feldwebel macht aus, dass er ein Gespür hat für seine Untergebenen. Teamgeist wird bei der Bundeswehr sehr groß geschrieben. Ein guter Feldwebel ist ein Meister seines Fachs. Vier Menschen, eine Aufgabe. Feldwebel bei der Bundeswehr. Feldwebel des Truppendienstes arbeiten bei der Bundeswehr als militärische Vorgesetzte in allen Teilstreitkräften. Dieses ermöglicht ihnen den direkten Einstieg in die Funktion des klassischen militärischen Führers. Bei uns sind Feldwebel Meister ihres Fachs, denn die Ausbildung zum Feldwebel entspricht in der zivilen Berufswelt der Qualifizierung zur Meisterin oder zum Meister. Neben der fachlichen Qualifikation müssen sie auch körperlich und geistig belastbar sein, um im Berufsalltag bestehen zu können. Die körperliche Fitness ist ein sehr wichtiger Punkt, allein schon, um die ganzen Übungen zu durchstehen. Und auch im Hinblick auf den Einsatz muss grundsätzlich eine hohe körperliche Fitness vorhanden sein. Ihre persönliche Eignung für diese Laufbahn wird in einem Auswahlverfahren festgestellt. Während der Ausbildung muss diese bestätigt werden. Wer Feldwebel wird, den erwarten ein verlässlicher Arbeitgeber und eine faire Vergütung. Die Bundeswehr ist ein guter Arbeitgeber, es ist ein sicherer Arbeitsplatz und die Bezahlung ist natürlich auch nicht schlecht. Ein vielseitiger Beruf mit einem breiten Spektrum an Einsatzmöglichkeiten. Das reicht von der Kampfmittelräumung bis zur Einsatzvorbereitung, vom Minentauchen bis zur Geländesicherung. Feldwebel übernehmen zentrale Funktionen als Ausbilder und Führungspersönlichkeiten, sowie eine wichtige Aufgabe als Ratgeber ihrer Vorgesetzten. Als Gruppenführer sind wir für die Soldaten verantwortlich und zwar in jeglichen Beziehungen. Bei uns läuft eigentlich vieles über den kooperativen Führungsstil. Die Arbeit im Team macht den Unterschied. Im Zivilen ist es oftmals so, dass jeder an seinen eigenen Vorteil denkt und für sich arbeitet. Und hier ist es auch so, wenn man selber mal was vergisst oder jemand anderes hat was vergessen, dann unterstützt man sich einfach gegenseitig, weil nur das Gesamtergebnis zählt. Ein Beruf, der Verantwortung fördert. Wenn ich einen Fehler mache in der Beurteilung vor Ort, kann es sein, dass in einer Erfernung von 500, 600, 700 Meter jemand zu Schaden kommt. Verantwortung als Kampfmittelbeseitiger, die ist sehr hoch. Schon während der Dienstzeit werden sie fachlich weitergebildet und können zusätzlich die Angebote des Berufsförderungsdienstes der Bundeswehr in Anspruch nehmen. Hier wird man weiter qualifiziert und optimal auf den Wiedereinstieg in das zivile Berufsleben vorbereitet. Bei der Bundeswehr hat man sehr viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Es gibt die verschiedensten Lehrgänge. Feldwebel bei der Bundeswehr. Ein Beruf, der Menschen zusammenbringt. Man kennt sich, man arbeitet auch immer miteinander und ist auch wirklich ein gutes Arbeiten. Das Besondere an meinem Beruf ist das Arbeiten mit Menschen, was mir sehr viel Freude bereitet. Feldwebel bei der Bundeswehr. Die besondere Herausforderung. Das war genau die richtige Entscheidung. Sie besitzen Führungsqualitäten und suchen neue Herausforderungen und Abwechslung im Beruf? Dann informieren Sie sich über Ihre Karriere als Feldwebel bei der Bundeswehr. Bundeswehr. Karriere mit Zukunft.